Jetzt wird da bekannt. Ball liegen lassen! No, don't touch, don't touch! No, 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 no! Vorsicht, Vorsicht! Jetzt bremst der Kameramann. Bis gerade eben war ich mir sehr siegessicher. Jetzt hat der Mull wirklich einen rausgehauen. Er hat wirklich einen rausgehauen. Und ich hab wieder Druck. Den leg ich mir vor. Der Nächste ist drin. Wettbewerb beendet. Jetzt wird da bekannt. Aber das... Das rächt sich. Ach, mit Vorlegen! Mimimimi! Stopp! Ja! Das ist ein Skandal! Skandal! Seid ihr soweit? Hat auch einer das Loch im Blick? Ja, ich hab's im Blick. Hey, hey, hey! Du darfst das nicht wegnehmen, Mats! Du veränderst ja den Golfplatz. Der Ball lag doch da. Lose Gegenstände dürfen entfernt werden. Der lose Gegenstand hat deinen Ball aufgehalten. Ja, Wahnsinn! Spielen, wie er liegt. Ja, das ist das Schlimmste, was im Golf passieren kann. Da bin ich nochmal dran. Ja, aber ich hab natürlich auch riskiert. Ja, aber jetzt hast du immerhin einen guten Winkel. Ausgelippt! Ich geh natürlich aufs Ganze. Was soll das? Ich lege mir jetzt nichts mehr vor. Ich geh volles Risiko und dann legst du mit Legen vor. Den konnte ich ja von da nicht treffen. Komm hör doch auf. Nein! Nein! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das bremst der Kameramann. Ich sag doch noch aus dem Weg gehen. Jetzt hat er wieder 5 Meter gespart. Oh! Der war doch schon drin. Ball liegen lassen. No, 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 no. Also wir machen es uns wirklich nicht leicht gemacht bei der Auswahl des Lochs. Nein! Ja, komm. Der war so gut auf der Richtung. Oh nein! Die Flasche. Soll ich ihn noch eintippen? Nein, ich mach ihn noch fertig. Ja, Mull-Loch. Ja. Das ist jetzt einfach nur, das ist so richtig der Moment zum Genießen. Oh, mehr noch lange. Ja, Xavi, geht da erstmal durch. Mehr noch lange. Ballesteros. Zum Genießen, zur Führung. Ja, es tut weh. Es tut weh. Dankeschön. Gut spielt, gut spielt. Ja, man muss auch dann Jönne gönnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eigene Stärke war, gegnerische Schwäche. Ist mir auch wurscht am Ende des Tages. Super. Klasse. Ich hab den Mull in seiner Disziplin geschlagen.